In der nächsten Runde Prop Tja 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 ist immer schuld Immer Mache ich immer wieder gern du Tja Hat er nicht gesagt I don't care I love you I don't care Eigentlich weinst du fast aber I don't care Stark sein Okay Wie gibt es nicht so geile Verstecke hier auf der Map? Habe ich das Gefühl Hammer Geile Verstecke Findest du? Ich seh hier nur geile Verstecke Ey hier ist immer bei mir in der Nähe Den hab ich nicht gesehen Ich hab in die andere Richtung geguckt Du bist gar nicht nur so klein ne Ist das deins ne? Ja Hauf Denied Bledig Denied Allerfäck 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 Kurzer Prozess Taunt immer Mathis Wow Mathis hast du nicht Mach ich schon die ganze Zeit What the fuck Ich höre auch keine Taunts bei dir Jetzt höre ich den Taunt Points dir Ich höre nichts Ich höre nichts Ich auch nicht Aber ich freue neben Nemesis Aha 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 Find ich Find ich Find ich Find ich Find ich Find ich Kann es sein dass du in der Textur bist Mathis Was Also Also So ist es aber sozial Ja Aber Sonic hat es gefunden Ich hab ja auch gesagt ich Finds Und ich finde auch die meisten Wo war er denn jetzt? In nem Auto Aber er ist zum Glück fair gewesen und raus gelaufen Ja Props an dich Ja 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 Lauf bei euch Vlog bei dir Fettmüche geworden Jo Du würdest jetzt nicht sagen aber Ja Machst du den Reifen weg Ich will die Flasche haben Reifen Bleiblich ist ne Flasche Äh Das nicht immer Blüht Doch eigentlich schon aber Was Nix Du hast dich verhört Richtig Anzeige fair Korrekt 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 Ich hätte gar nicht reinspringen brauchen Ich kann einfach durch die Wand gehen Da Da stirbst du nicht an Gravity Hi Alles klar Das war ne volle Diebe Warte Pay up Payday Gott während der Aufnahme aufs Handy gucken ist keine gute Idee Mh 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 Aber du schreib mich mal grad wichtige Nachrichten Hätte ich jetzt auch gesagt Hätte ich jetzt auch gesagt Ja echt mal Ich auch Bärenkatapult Bärenkatapult Was Bärenkatapult 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 F*** dich deshalb F*** dich deshalb Awesome Awesome So zwei von drei habe ich wo ist der letzte In deinem Arnuss In deinem Arnuss Oh cool Bomben Was noch Jemand hat also Sonic Wo ist er Ne ne Aber Ich hab euch gesehen vorhin Taunt Ok Gerade wo ich sagen will taunte doch mal Taunte Hat der getauntet? Ja nix gehört Ich auch nicht Ich hab grad hinter mir ein Geräusch gehört Darum hab ich es nicht Ich hab grad hier Ich hab verflutzt Das glaub ich dir sogar Sonst warum ich es behaupte Der ist ja keine Behauptung mehr Das ist ja die Wahrheit Sag ich doch Das ist der Wahrheit Nein aber die einzige Wahrheit ist 42 Ja das ist richtig Nein die einzige Wahrheit ist 17 Das ist die Antwort auf alle Fragen Äh Naja auch die Wahrheit 17 Die Wahrheit ist gleich 42 Weil alles in einer Gleichung ergibt 42 Nein 17 Also ist auch die Wahrheit 42 Kannst du mal nochmal taunten? Na gut jetzt ist grad leise der taunt Warte ich mach ihn lauterin Ich war nicht der einzige Doch bin ich aktuell Look at me Alles klar den Tod hab ich nicht mal gehört Ach Leute Ich komm mal ein bisschen neue Richter Ja jetzt macht er noch die anderen Props kaputt Damit der leichter gefunden wird Hä ich mein Gott ich spiel auf Spaß Du bist ganz schön cocky, ne? Ich hab ihn! Ich spiel ja nur auf Spaß Du siehst sie nur Aber du hast sie nicht GG Tot What the fuck? Ich errenne jetzt den anderen Reifen Doch Damit hab ich gerechnet Hahaha Der der dritte Dich Ah der dritte Er stirbt nicht Ich treff ihn halt nicht Dich Wolle Du Hacker Du Hacker Vor allem ist er schneller als vier Das ist doch scheiße Ich sag doch Er ist Hacker Hat sich etwas mehr Armor gegeben Erstmal wieder Backlaufen Wow Er schießt einfach auf die Dose Natürlich Ungefaldene Gegenstände Können kleine Spieler sein Haha Das ist doch geil, oder? Du brittst doch einen, Nazi. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin doch einfach gut in dem Spiel. Ui. Hab ihn. Oh, scheiße. Ich verstehe. Keine Luft. Nein! Kann nicht. Ja! Snipe, Schrotze! Alle drei bekommen easy game, easy life. Ich hab immer in meinen Spots geblieben, die mich nie gefunden. Ich hab immer in meinen Spots geblieben, die mich nie gefunden. Aber ich bin fair, ja? Aber ich bin fair. Warte mal, das ist aber scheiße. Das Team ist fairer als das andere Team. Oh. Ja, meins ist auch fairer. Nur ein Team, immer das Richtige ist. Alles klar, ich fand halt jetzt schon. Ja, ja. Oh. Hi. Hi. Dann kannst du hierbleiben. Ne, ne. Au, wuuu. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Doch war's. Nein, du brauchst keine Assistance. Ich bin nur schneller, aber nicht richtig schnell. Mal bitte nicht töten, ich muss noch mal kurz auf mein Handy gucken. Nein. Ja. Hör auf, auf dein Handy zu gucken. Handy weg. Er googelt jetzt eben mal Hex. Weiß mal, was google ich? Beste Prop-Ans-Fots. Richtig. Genau. Auf das eins. Der Prop-Ans-Match schlechthin. Richtig. Egal. Ich wette, da findest du was. Oh, das ist ein Assis- Beste Prop-Ans-Match. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Jetzt kommt er mit den Zernerstags. Ach weißt du, was ist langweilig hier? I'm going on the journey. Ey, Jan, du bist ganz nah bei mir. Get to the top! Nein! Komm, Sascha. Eins gegen eins. Ja, ne, lass mich bei dir in der Nähe. Kann ich grad nicht. Ey, nicht aufkochen, umstehen. Hat jemand den Hex gehört? Ah, jetzt. Bewegt er sich. Ja, hab ich. Okay, cool, danke. War das lauter oder leiser? Ja. Oh, ziemlich laut. Oh, warte, mach, hier ist wirklich ein Problem. Was? Das war gar nicht, Sascha. Warte, ich hab ein Problem. LOL. Was? Das war ein krasser Schuss. Der kommt rein, guckt in der Spam-Tot. Kann man machen. Mach das Spiel. Alles nur. Dein Server. Hecke nämlich eigentlich mal genau. Hex-O-Mak-Zo. Hex-O-Mak-Zo. Hey, over here! Sascha taunt oder? Okay. Ne, war ich nicht. Wunderbar. Ich hör nichts. Ich hör nichts. Doch, jetzt. Ach, du bist, du bist aber, du hast uns schon gesehen, oder? Jojo. Dann weiß ich, wo du bist. Glaube ich nicht. Lass uns nicht. Lass uns nicht. Lass uns nicht! Lass uns nicht! Lass uns nicht! Hey, wo sind denn die anderen? Er ist hier nicht! Verdammt! Du hast einen alten Freund von mir gebeten. Für die Gäste, er war der früheren Leder der Illuminati. Weißt du Bescheid? Ja. Oh, du bist ein Lutscher, oder? Ich bin ein Lutscher? Ja, du bist ja. Warum? Was luscht ihr denn? Oh, schön! Doch, passt gerade! Oh! Passt gerade zu, oh! Ach, come on! Wenn ich schon die ganze Zeit über die Map rüberlaufe, kannst du mich doch wenigstens richtig abschließen. Ach, er läuft über die Map? Ach so ist das. Ja, ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Instant reporten. Ach so! Du reportest ihn, das ist auch... Ja, richtig. Ich könnte ihn einfach bannen. Aber rumlaufen ist hier auf dem Server nämlich verboten, weißt du. Ah, ah, okay. Ja. Musst du wissen. Halt ich dir gleich vor, nächste Runde, okay? Oh, das ist schön. Okay. Also laufe ich nicht rum und bewege mich nicht auf meinem Ort. Okay, alles klar. Solange nur genug taunt ist, meinetwegen. Nein, das ist nicht cool. Nein, das ist nicht cool, Mami. Nein, nein. Quick neutralize. I'm a neutralized. Who man neutralized? Oh Gott, wer ist da bei mir in der Nähe? Bländig, du bist das hier. Oh, wo bist du? Hallo. Lass mal kurz bitte Sascha, ich bin nur bländig ergangen. Ah, nicht unfair sein. Ich denke, du wolltest dich nicht bewegen. Ach, wollte ich. Ja? Ja, wollte ich. Okay. Wollt bländig, ey. Ach komm, scheiße. Tanzt, bitch. Traurig. Hier ist ja schon wieder Weidenkorb offen. Erstmal. Deckel platziert. Nein. Das ist nicht bländig, okay. Jan, well done. Wie er taunt ist, können sie sich vielleicht finden. Oh, der Spot ist auch ganz so nice. Jans Spot ist nice. Der ist mies. Und kommt da nicht mehr raus. Echt nicht? Mit Duckjump? Nee, gar nicht. So, dann taunt er mal um dein Leben. Was? Jans duckt fest oder was? Der ist nicht da hinten wo bländig war. Ich hab mein Fanbots eingeschaltet. Du standst direkt vor mir. Einen Meter und ich hatte die Schrotz in der Hand. Nee, du bist gelaufen. Du bist nicht gesprungen. Nee, da hab ich dich schon vorher getötet. Ich war schon in der Luft. Nein. Ich war in der Luft. Abgelehnt. Und meine Aufnahme. Abgelehnt. In drei Monaten. Oder so. Oder so. Ich glaub du kommst da nicht mehr raus. Kann das sein. Oh warte, ich glaub ich weiß wo er ist. Echt? Nächster Triple Kill. Easy. Okay. Immer diese Punkte geilen Leute, weißt du? Hier geht's nicht um den Fun. Doch, ich hab ne Menge von um den Fun. Oh, das wars schon. Oh.